Moin, Tag 3 meiner kleinen Reise durch Hamburg zum Thema Wohnen und Wohnungsnot. Mittlerweile bin ich ganz schön erschöpft von den vielen persönlichen Schicksalen, mit denen ich konfrontiert worden bin und im andererseits ständigen Nachdenken darüber, wie wir eigentlich aus dieser Misere in Hamburg rauskommen mit den steigenden Mieten, dem knappen Wohnraum und vor allen Dingen dieser relativen Chancenlosigkeit all jener, die noch mit Benachteiligungen auf dem Mietenmarkt unterwegs sind. Gestern Abend im Café Nova auf der Veddel habe ich unter anderem eine Frau getroffen, die seit vielen Jahren Wohnraum sucht für sich und ihre acht Kinder. Sie ist alleinerziehend und lebt in öffentlicher Unterkunft in Verhältnissen, die alles andere als gut sind für die Kinder. Das sagt auch der Träger der öffentlichen Unterkunft, das sagt das Jugendamt. Alle sagen, sie müssen da raus, sie müssen unbedingt guten Wohnraum finden. Das würde sie gerne, aber niemand gibt ihr welchen. Zwei Zimmer habe ich so viermal vier, so groß, habe ich für Kinder gemacht. Und eine Zimmer habe ich diese zwei Zimmer, die kleine habe ich für mich und die andere kleine für meine zwei Tochter und die machen Hausaufgaben im Wohnzimmer. Manche machen in Küche, ich habe da einen kleinen Tisch und manche machen im Wohnzimmer. Aber das ist ehrlich zu eng. Wohl eine große Familie. Mir ist dabei nochmal deutlich geworden, dass wir dringend gemeinnützigen öffentlichen Wohnbau brauchen, dass wir Zugriff von Behörden und Unterstützungsinstitutionen für Menschen in Not brauchen, auf Wohnungen, geeigneten Wohnraum für solche Menschen wie diese Frau gestern Abend. Eben war ich mit der Straßensozialarbeit der Diakonie unterwegs. Jetzt bin ich bei Hinz & Kunz, dem Straßen- und Obdachlosenmagazin. Sehr lesenswert übrigens. Was ist nun also zu tun, um unsere Misere in den Griff zu kriegen? Die Misere nämlich, dass wir es mit steigenden Immobilienpreisen zu tun haben und deshalb auch mit weiterhin steigenden Mieten. Dass der Wohnraum für vordringlich Wohnungssuchende, also Menschen, die möglicherweise Mietschulden haben oder einen Schufereintrag oder Alleinerziehend mit mehr als drei Kindern sind, dass der Raum für solche Menschen immer knapper wird. Was kann man machen? Mir scheint, als allererstes ist wichtig, wer Grund und Boden hat. Hamburg hat besondere Chancen, weil die Freie und Hansestadt Hamburg im Vergleich zu vielen Millionen Städten und Großstädten in Deutschland noch ziemlich viel Grund und Boden hat. Und wer Grund und Boden hat, entscheidet, was darauf gebaut wird. Insofern ist hier eine große Gestaltungsmöglichkeit für Hamburg, die die Stadt auch unbedingt nutzen sollte. Möglicherweise ist die Erbpachtidee eine richtig gute in diesem Zusammenhang. Das Zweite, was sich aufdrängt, ist, wenn ich doch weiß, dass 50 Prozent der Bevölkerung dieser Stadt ein Anrecht auf geförderten Wohnraum hat, dann baue ich doch nicht 30 Prozent, sondern 50 Prozent. Das heißt, wenn die Stadt jetzt ganz viele Wohnvorhaben und Bauvorhaben voranbringt, dann sollte sie mutig sein und nicht den Drittelmix vorantreiben, sondern sagen, mindestens 50 Prozent sollte geförderter Wohnraum sein. Und übrigens nicht in einer zu kurzen Zeitbindung, denn sonst haben wir in 15, 20 Jahren genau die gleichen Probleme, die wir jetzt haben, möglicherweise noch schlimmer. Das Dritte, was sich aufdrängt, ist die Erkenntnis, dass es in der Stadt Hamburg eine ganze Menge kleinerer Genossenschaften und Stiftungen gibt, die bereit wären und auch das Geld dafür hätten, für unter anderem auch vordringlich wohnungssuchende Menschen zu bauen. Die haben aber häufig das Problem, dass sie gar nicht an die Tische rankommen, an denen die Grundstücke vergeben werden. Insofern sollte hier die Hansestadt Hamburg nochmal genau gucken, wer kriegt eigentlich Zugang zu Grundstücken. Diese drei Punkte wären zu beachten. Und damit ließe sich schon manches erreichen. Denn das ist schon mal klar, die Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, werden in 20, 30 Jahren für uns immer noch große Bedeutung haben. Damit endet erstmal meine dreitägige kleine Reise durch Hamburg zum Thema Wohnen und Wohnungslosigkeit. Ich habe mit interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern gesprochen. Und ich habe manche Geschichte gehört, die mich lange noch beschäftigen wird. Von Menschen, die viele, viele Jahre ihres Lebens verzweifelt nach Wohnung gesucht haben oder immer noch verzweifelt nach Wohnung suchen. Wie kann man da helfen? Eine Zahl klingt mir in den Ohren. 1.750 Wohnungen stehen leer in Hamburg. Damit könnte man sofort helfen. 1.750 Wohnungen 1. mommy 1.2 1.5 6.4